Und die Hand von Anna Stöhr, eine echte Weltmeisterin. Also ich hab da echt ein bisschen Gänsehaut hier. Das ist das Mammuts-Blockmaster-Bolder-Festival 2008. Das sind Bilder, die man nicht vergisst. Wow, wow, wow. Und damit sind wir bei den Damen durch. Ja, aber ein Herr, der will noch alles zeigen, nämlich Emmanuel Wosburg, der Führer der Nacht im Halbfinale. Er war überraschenderweise vorne, der Mann aus dem Ländle aus Prägans.